Du Psychotische Bitch! Hey Sis! Du Psychotische Bitch! Willkommen zurück, Horrorfans! Hey! Willkommen zu Hause, durchgeknallte Freundin! Ich hatte ein paar Probleme, aber ich hab nun alles im Griff! Ich bin zurück, weil ich wieder normal leben will! Es würde echt nerven, wenn ihr jetzt irgendwie komisch zu mir seid! Hallo? Hey Mörderin! Nein! Nein, bitte! Jemand hat Piper geholfen und er ist irgendwo da draußen! Ihr hattet doch was miteinander! Oder? Es gab keinen Komplizen! Der Film ist vorbei und der Nachspann läuft! Verlass das scheiß Kino! Was ist das? Ich bin mir sicher, sie gehört Troy James, Brandons Bruder! Warum träume ich immer von diesem Ort? Bin ich völlig verrückt? Du musst aufpassen, wem du vertraust! Du kennst uns nicht! Nicht wirklich! Da draußen ist ein neuer Mörder! Richtig! Auf in die zweite Runde! Jeder geht auf seine Weise mit dem um, was wir durchgemacht haben! Die Sache mit der Wahrheit ist, man kann sie schwer erfassen! Du hoffst, dass etwas so oder so ist, aber tief im Innern weißt du, dass es anders ist! Ich bin zurück, weil ich wieder normal leben will! Es würde echt nerven, wenn ihr jetzt... Komisch zu mir seid! Das war ein und jetzt! Das war wirklich super wichtig! Wir haben keine Probleme! Wir haben schon im Innern, das ist das Mal! Wir haben keine Probleme! Wir haben alles! Wir haben alle in den NämPLE-Geräusern! Und wir haben alle in die Vorbereitung! Wir haben alle in die Vorbereitung!